Wir haben hier Ferdinand Täuber von Rethink Robotics. Überdenke, die Roboter oder die Robotik wird uns erzählen, was eine deutsche Firma mit Robotik macht. Spannende, faszinierende Sachen. Ihre Show. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von unserer Seite. Mein Name ist Ferdinand Täuber von Rethink Robotics und ich möchte Ihnen heute unseren kollaborativen Kollegen Roboter vorstellen mit dem hübschen Namen Sawyer. Lassen Sie mich anfangen und eine kleine Agenda aufreißen. Was will ich Ihnen heute zeigen? Ich will Ihnen heute zeigen, was die Herausforderungen sind, die wir mit der Robotik haben. Ich will Ihnen zeigen, was das technologische Quantum ist, das dahinter steht. Wo wir den Roboter und wie wir den Roboter eingesetzt haben und was man denn noch weiterführend mit dem Roboter tun könnte. Wir haben ein ganz großes Thema und zwar sehen wir, dass wir eine gewisse Wanderbewegung haben. Und zwar gibt es wunderbare Länder wie Asien, China, die für uns in manueller Handarbeitstätigkeit viele Produkte zusammenbauen. Wir sehen aber auch, dass diese Art von Fabrik zum Stand, das schon fast letzten Jahrhunderts gehört, weil jetzt mittlerweile auch Asien outsourced und zwar nach Afrika. Dementsprechend sind diese Low-Cost-Modelle ein Geschäftsmodell, die anfangen zu bröckeln. Des Weiteren sehen wir, dass wir gerade in Hochlohnregionen wie Deutschland, Europa wahnsinnig Schwierigkeiten haben, zum einen die richtigen Facharbeiter zu finden für die Ausführung der Tätigkeiten. Und wenn ich sie gefunden habe, ist es noch viel schwerer, diese Facharbeiter dann auch zu halten. Auch hier setzen wir an mit dieser neuen Technologie. Es verändern sich die Anforderungsprofile unserer Mitarbeiter. Wir kommen also sehr stark weg von Facharbeitern, die wirkliche manuelle Tätigkeiten ausführen hin zu Facharbeitern, die auf einmal sich mit künstlicher Intelligenz und Robotern auseinandersetzen müssen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich anschaut, wie viele Leute bei uns studieren, zukünftigen CEOs. Ein weiteres Thema, das wir ganz gerade und groß sehen, sind sehr kurze Produktionszyklen, die immer kürzer werden. Einen wahnsinnigen Drang zur Individualisierung mit Losgrößen bis 1 runter. Und wenn Sie sich anschauen, ich habe neulich mal die Thematik gehabt, dass ich mir von Seat angeschaut habe, wie viele Varianten man konfigurieren kann im deutschen Markt. Das sind 22.300 Varianten. Also diese Variantenvielfalt abzudecken, ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Wie wurde das bisher angegangen? Bisher wurde das angegangen in dem klassischen Stil. Ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung und ich muss mit einem Roboter möglichst schnell vom Problem zur Lösung kommen. Das passiert über Taktzeiten, das passiert über eine Arbeitsvorbereitung, über eine Einplanung von Robotik. Und das sind fixe Roboter, starre Roboter, das sind Produktionslinien. Da steht ein Planungsaufwand dahinter und das Ganze ist in einer relativ fixierten, Thematik, das geht irgendwie sehr schnell von alleine, ich bleibe nochmal bei der letzten Folie, fixe Roboter, die genau daraufhin getrainiert sind, eine Aufgabe hochrepetitiv möglichst schnell immer wieder zu tun. Wenn man sich den Zeitverlauf anschaut, das ist eine Studie der Boston Consulting Group, die immer noch aktuell ist, sehen wir das von 1960 bis 2015 insgesamt von allen Aufgaben, die man sich anschauen kann, nur 10% automatisiert worden sind. Und wir sehen in dem Zehnjahressprung von 2015 bis 2025, dass es hier einen exponentiellen Anstieg geben wird, der hin bis auf 25% aller industriell automatisierbaren Aufgaben hingehen wird. Das wird aber nicht gehen mit der bisherigen Robotik. Warum? Weil die einen wahnsinnig langen Integrationszeitraum braucht. Also sie müssen wahnsinnig viel vorbereiten, um auf so einen Prozess zu kommen. Hier setzen wir mit einer agilen Robotik ein und möchten Abhilfe schaffen. Wie sieht das Ganze aus? Smarte, kollaborative Roboter, die mit den Menschen zusammenarbeiten können, die über Sensorik fast den Menschen imitieren können, die sehen können, die fühlen können und die auf Menschen reagieren können, die sicher bei Menschen in der Zusammenarbeit eingesetzt werden können. Hierfür haben wir die Firma Rethink Robotics gekauft. Die ist entstanden in den USA. Das ist der Automationsguru Rodney Brooks, der die ins Leben gerufen hat. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum er sie ins Leben gerufen hat. Rodney Brooks war auch der Gründer der Firma iCobot, die die Staubsaugerroboter hergestellt hat. Und Rodney Brooks war auf einem seiner Produktionsrundgänge in China unterwegs und hat gesehen, es gibt so viele manuelle Handtätigkeiten der Robotik, dass ihm die Mitarbeiter so leid getan hat, dass er einen Roboter erfunden hat, der einfach zu trainieren ist, einfach zu steuern ist und der ausgelegt ist auf Arbeiten, die dump, dall und dirty sind. Hochrepetitive Tätigkeiten, die die Motivation der Belegschaft angreifen und die eigentlich bisher nicht automatisiert wurden. Da möchte ich ganz kurz drüber hinweg fliegen, damit Sie wissen, mit wem Sie es denn eigentlich zu tun haben. Wir sind ein großer Mittelständler in Hessen, die Hahn-Gruppe. Wir wurden vor über 30 Jahren gegründet, sind mittlerweile 1200 Mitarbeiter, haben ungefähr 200 Millionen Revenues in 217, haben einen globalen Footprint in allen Standorten weltweit. Und hier sehen Sie einen kleinen Aufriss, wie wir uns entwickelt haben, was bei uns einer der spannendsten Momente war. Wir sind unser Founding-Father. Thomas Heen ist so der deutsche Traum des Maschinenbaus, gekoppelt mit The American Dream of how to get big. Also angefangen mit zwei befreundeten Kollegen in der Garage, im Prinzip eine Automation aufzubauen. Und das hat sich stückchenweise immer weiterentwickelt zum Hoch- und Spezialmaschinenbau und ist mittlerweile ein richtiges Imperium geworden. Wir haben Ende 2012 einen hochinteressanten Partner mit uns an Bord gewinnen können. Das ist die RAG-Stiftung, die uns hier auch bei diversen Akquisitionen und Mergers unterstützt. Und da ist eben einer der neuesten Familienzuzüge, die Rethink Robotics. Wir haben aber nicht nur eine Firma, die Roboter herstellt, Wir haben auch eine Firma mit Hahn-Rob-Share, die Sie hier sehen, die sich das Ganze zur Eigen macht und Roboter als Zeitarbeiter anbietet. Wir gehen also konsequent einen Schritt weiter hin von nicht nur produzieren, smart einsetzen und dieses klassische Investitionsgeschäft betreiben. Nein, wir nehmen diese ganze Thematik sehr, sehr, sehr ernst und bringen sie auch auf die Schiene, dass wir uns anschauen, wo sind denn die temporären Bedarfe. Wo liegen denn also die Projekte, wo sie keine Zeitarbeiter finden für Arbeiten, die dump, doll und dirty sind? Und genau da setzen wir an und bringen smarte, kollaborative Robotics ein. dass wir nicht nur hier sehen,